Servus liebe Kleeblatt-Fans, heute vor einer Woche ging es ins Trainingslager hier an den Ritzensee und wir haben uns gedacht, am letzten Abend ist es vielleicht auch der gute Brauch, dass wir unseren Trainer mit zum Gespräch laden, Stefan Rutenbeck. Acht Tage Training sind hinter uns, was hat sich die Mannschaft denn angestellt? Insgesamt war das Trainingslager hier überragend, also komplette Möglichkeiten, die wir hier gehabt haben, die Bedingungen waren super gewesen. Auch, dass es heute ein bisschen kälter gewesen ist, war ganz gut, dass wir dann noch mal richtig arbeiten konnten. Die Mannschaft hat eigentlich alles umgesetzt, was wir sehen wollten. Die Testspiele waren sehr gut, die Gegner wurden dann von Spiel zu Spiel stärker. Wir haben sie trotzdem alle geschlagen und wir haben eigentlich insgesamt ein richtig gutes Trainingslager gehabt. Jetzt haben wir noch mal ein Highlight mit Bilbao. Da bin ich mal gespannt, ob wir die auch so pressen können wie die Gegner zuvor. Aber wir werden es versuchen, wir werden es riskieren, wollen dann mutig sein und freuen uns auf diese Aufgabe. Ja, Bilbao sprichst du schon an. Das ist das Spiel morgen. Das könnt ihr übrigens live bei uns auf der Website verfolgen. Wir haben einen Livestream für euch. Der wird dann rechtzeitig zum Spielbeginn um 15 Uhr freigeschalten. Wer sich von zu Hause aus einen Eindruck machen kann, hat darüber die Möglichkeit. Bilbao der erste Test, Freitag dann Selta die Vigo. Das sind dann schon noch mal zwei Gradmesser und zwei richtungsweisende Spiele kurz vorm Saisonstart. Ja genau, weil man will einfach dann mal schauen, ob dann auch solche Gegner unsere Schwächen noch mal brutal aufzeigen können. Und das ist halt nochmal wichtig, dann einen Top-Gegner zu haben, um nachher zu wissen, wo wir noch arbeiten müssen in der letzten Woche. Und deswegen kommen diese Gegner genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten unter der Woche unter dem Trainingslager auch einen Fan- und einen Sponsorenabend. Das heißt, du hast auch noch so ein paar treue Seelen, die uns sogar bis hierher begleiten, kennenlernen dürfen. Freust du dich jetzt schon auf den Fantag, auf die Saisoneröffnung am Samstag? Auf jeden Fall. Also das ist dann hier alles nochmal eine Nummer größer als dann im letzten Jahr bei meinem alten Verein. Und es war alles super sympathisch. Die Leute nehme ich ja mit offenen Armen auf. Und auch die Fans der Begeisterung ist ganz groß. Wir haben so eine kleine Euphorie einfach, glaube ich, mit all dem hier. Mit den Siegen natürlich in den Testspielen, aber auch mit der Art, wie wir die Sache hier angehen im Verein. Ein bisschen was Neues auch, glaube ich, dabei. Und die Leute sind begeistert und das hat man auch gespürt. Und ich bin heute nicht weniger begeistert, sondern freue mich riesig auf die Saisoneröffnung. Und ich glaube, es wird ein tolles Event. Noch mehr wirst du dich aber auf den Saisonstart freuen, oder? Ja, also Karlsruhe SC ist natürlich dann sofort auch ein Top-Gegner. Letztes Jahr in der Relegation gescheitert. Und da wissen wir direkt, wo es lang geht. Auch da wieder ein Gradmesser, der uns dann auch aufzeigen kann, schon relativ früh, wo es vielleicht hingehen kann. Und da werden wir alles abrufen müssen, um da zu bestehen. Vielen Dank, Stefan. Wir verabschieden uns mit diesem Trainergespräch am Ende des Trainingslagers hier aus dem Trainingslager. Es wird natürlich auch eine Highlight-Zusammenfassung von dem Spiel morgen geben. Die wird allerdings dann erst am Mittwoch von uns veröffentlicht werden. Also da ein bisschen Geduld. Wegen der Heimreise können wir das nicht am selben Abend machen. Aber wir werden euch dann auch die Highlights zeigen. Ansonsten nochmal der Hinweis, der Livestream ab 15 Uhr auf unserer Website. Schönen Abend und bis bald. Die Linke. Das war's für heute. Alla Zeitung. Amen. WDR 2 WDR 2 WDR 2 WDR 2 WDR 2 WDR 2 WDR 2